herzlich willkommen zu einer weiteren folge lasst uns lesen wir machen weiter mit den deutschen kultur bildern wir haben aufgehört in der letzten folge bei die französische vorherrschaft bei stände und berufe und heute lesen wir und beginnen wir bei stadt und land leben bild 127 hirschschlitten zu den liebhabereien der vornehmen des 18 jahrhundert gehört es auch an stelle der pferde gezähmte hirsche vor den schlitten zu spannen der adel hielt es ja hielt sich ja aus seinem landsitzen meist einen tierpark mit gepflegten oft seltenen wildbestand der aufenthalt auf einem der kleinen mit den prachtschlössen zugleich erbauten jagdschlösschen war eine abwechslung im höfischen leben bild 128 gestüt die aufzucht edler pferderassen ist von jeher von gutsherren mit besonderer vorliebe gepflegt wurden besonders gestüte auch stütereien genannt sorgt sorgt neben den eigenen landwirtschaftlichen bedarf vor allem für den pferdenachwuchs im herre wo es ja oft besonderes edles und behaltbares material ankommt berühmt sind die deutschen pferde zucht gebiete von handel ostpreußen hannover und friesland wenn ich ein bisschen verpennt rüber komme dann liegt das daran dass ich ja der schlaf hängt mir noch ein bisschen in den knochen und ich ein bisschen ein bisschen verschnupft wie alle zur tat zurzeit bild 129 weinbrunnen und ochse der wunsch an großen staatsaktionen wie zum beispiel der krönung auch das volk teilnehmen zu lassen gab anlass neben den schaugepränge der auffahrten triumph bögen und und anderen auch dem gaumen etwas zu bieten große brunnen für rotwein und weißwein wurden aufgestellt aus denen von drei bis acht uhr sechs ohr hofft also 4800 liter sprudelten ein ganzer ochse wurde gebraten mit wildbret und geflügel gefüllt nette vorstellung oder ein ganzer großer brunnen aus den sekt und wein fließt und jeder kann sich da immer was können nett bild 130 wiener barock architektur im deutschen süden hat die barock baukunst der kaiser residenz wien entscheidendes gepräge gegeben um die verwüstungen der türkenkriege wieder gut zu machen wetteiferten kaiser und adel prächtigen bauten schlösser stadtpaläste und andere gebäude brachten die für das wiener barock typische mischung von vornehmheit heiterkeit und monumentalität vollends zum ausdruck bild 131 fasanerie die zucht des edelfasans spielte schon auf den domänen karls des großen eine rolle neben faun und rebhund zucht und im 11 jahrhundert wird der fasan als klosterspeise erwähnt die verfeinerung der tafelgenüsse brachte die brachte die anlage von fasanerie mehr in aufnahme in den ganze fasan familien entweder wild das heißt frei in waldparzarellen gehegt oder zahm also künstlich auf einige zäunten plätzen gehalten werden habe ich ehrlich gesagt noch nie gegessen ein fasan bild 132 tabakschnupfen schöne goldene tabakdosen sind in museen aufbewahrt im 18 jahrhundert war aus frankreich die sitte des tabakschnupfens auch nach deutschland gelangt friedrich der große der leidenschaftlich schnupfte besaß wie andere fürsten eine kostbare dosensammlung wertvolle dosen dienten auch als geschenk oder zur bestechung und manche diplomaten galten wohl drei oder mehr dosen wert so das war jetzt stadt und land leben und jetzt kommen wir zu alltag und festtag bild 133 vorschneider das tranchieren oder kunstgerechte zerlegen von fleischspeisen in einzelportionen heute jeder tüchtigen hausfrau vertraut galt im 17 jahrhundert noch als adlige kunst ähnlich dem fechten und reiten und viele illustrierte tranchierbücher lehrten diese kunst das meisterstück im tranchieren bestand im zerlegen eines auf die zwei zinken zweizinkige vorlege gabel gespießten stücke flügel aus freier hand bild 134 kinderzimmer die kinderstube der barockzeit wirkt gegen unsere heutigen kinderzimmer wie ein punktraum die gewichtige wiege hat denselben reichen zierrad wie ein schwerer sessel die kinder unterschieden sich in den kleidern kaum vom erwachsenen das kleine mädchen das zu laufen beginnt trägt schon ein festes meter wie die große dame die stattliche amme gehörte zu jedem besseren haushalt bild 135 serenade horcht auf den klang der zitter und öffnet mir das kitter so singt der ewige liebhaber nicht nur als mozart don juan spanien ist die heimat der serenade des abendständchens das als gesang mit instrumenten dargebracht wurde im 18 jahrhundert ward sie dann eine musik für bläser und später im konzertsaal für streich instrumente hayden und mozart haben sehr berühmte serenaden komponiert bild 136 lustjacht die schiffe der barockzeit waren bereit und schwer gebaut bei nur geringem tiefgang den sogenannten gallion das heißt den konsolartigen vorderen ausbau schmückte meist eine geschnitzte gallionsfigur oder auch ein reich verziertes wappen im gegensatz zu den kriegs- und handelsschiffen ist die lustjacht nur ein mit einem verdeckt versehenes einmastiges schiff das besonders bei höfischen festen diente bild 137 ballett und oper die oper der barockzeit war stets mit einem reich ausgestatteten ballett verbunden in dem die tänzer in zeit zeitgemäßen prunkvollen fantasie kostümen einher stolzierten oder tanzten die in symbolen der gestalt die sie verkörperten andeuteten dieser kostümstil wurde fast das ganze 18 jahrhundert beibehalten die oper war ein festliches ereignis an dem oft der ganze hof teilnahmen und das letzte bild für heute im bild 138 raucherinnen das tabak rauchen jene uralte amerikanische sitte bereitete sich während des dreißigjährigen krieges in deutschland aus während es zunächst hauptsächlich von den geistlichen heftig bekämpft wurde war es am ende des jahrhunderts bereits so weit durchgedrungen dass sogar vornehme danen französischer sitte folgend den tabak aus langen tönenden pfeifen rauchten so das war's für heute ich wünsche euch noch einen schönen abend schönen tag schöne nacht je nachdem wann ihr das seht und dann sehen wir uns wieder bei korrekt lasst uns lesen bis zum nächsten mal macht's gut tschüssi und ich hoffe ihr seid nicht krank gute person tschüssi